Moin Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Foto of Empires Video. Ja, heute ist der letzte Tag des Soccer Cups. Bedeutet, ich habe noch einiges zu tun. Ich habe wirklich viele Sammeln, machen noch mal die letzte Quest. Aber ich muss hier das alles noch ausgeben. Leider ist nicht jemand das erwartet, wie gekommen, oder ich habe es verpasst, wie auch immer, die Leukerbahn, oder die Leuker-Track, wie auch immer. Ja, ich sammle erstmal kurz einmal ein alles. Ich habe ein paar Güte bekommen. Dann mache ich einmal schnell, so gebe ich das an sich aus. Mal sehen, ich weiß nicht, ob ich was kommentieren werde, ich glaube eher nicht. Und danach zeige ich euch einfach einmal kurz, was ich alles bekommen habe. Ich glaube, so machen wir das. Vielleicht werdet ihr auch irgendwie im Schnitt dann, ziemlich Zeitraffer oder sowas sehen, aber das sehen wir gleich mal. Also halt, das ist ja kein richtiges Zeitraffer, das ist ja eher so. Also, ich spule mal einfach alles vor. Ja, ich investiere das einfach mal in ein paar Gebäude rein, wo Blaupons vielleicht für Zukunft mal nicht schlecht sind, weil ich das nicht zitschnappe mit meinen Forgepunkten. Das sollte ich eigentlich auch mal ändern, also nicht mehr weiter forschen, oder... Oh, eine Karte. Ja, eigentlich perfekt. Damit haben wir erstmal die Questzeile abgeschlossen. Sehr nice. Oder eigentlich sollte ich auch mal... Ich weiß nicht, es ist lieber... Irgendjahre Gebäude, nämlich das Castel del Monte. Das habe ich nämlich noch vor zu sagen. So, mal sehen, kriegen wir noch irgendwie... Haben wir noch was hier? Ja, da tun wir noch eins. Kriegen wir noch Tickets irgendwo her? Bla, bla, bla. Die Luster. Bei Energy Drinks auf jeden Fall nochmal bekommen. Gut, dann würde ich sagen, spielen wir erstmal einmal kurz hier. Ja, wir sind hier jetzt gerade so am Schwanken, aber zwischen Brottsliga und Silberliga. Teilweise war ich jetzt schon in Silberliga. Ähm, gut, nee, das hier. Hier immer am ersten Mal gewinnt man eigentlich immer. Perfekt. Ja, da müssen wir auch, glaube ich, in der Silberliga sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, nee. Ja, ich bin gelost. Ich glaube, wir sind jetzt hier dann Silberliga. Mal sehen. So, versuchen wir hier einfach mal kurz einmal was zu machen. 44, ich lade mir da vor. Ja, okay, 48, 44. Lassen wir mal da ein. 50, das ist gut. 55, das ist sehr gut. Genau, 60 hoch. 61, da ist es kaum, da ist es wirklich gut. Ah, sehr gut. Kriegen wir nochmal sowas hoch? Ich denke mal nicht, aber wir können es mal versuchen. 37, das ist auf jeden Fall höher. Ich gehe da jetzt mal so rein. 34 ist auf jeden Fall nicht ganz gut. So, also. 30 auch nicht so gut. So, nochmal. 39. Ich glaube, viele hier kriegen wir es nicht. Auch 39. 37. Ähm. Ja, ich glaube, 39. Wir versuchen es einfach mal. Verloren. Okay. Nicht schlimm. Und dann sind wir in der Silberliga. Ich glaube, bis zum Morgen dürfte ich auch nicht mehr so viel tun. Mal sehen. Oh, ich habe vergessen. 1, 2, 1. Gut. So, dann weiß ich, darf doch eingesammelt sein. Ähm. Ja, dann setze ich mal dran und mache das hier einmal. Also vielleicht werde ich zwischendurch mal irgendwie was zeigen. Aber ich glaube, jetzt werde ich einfach mal erst mal anfangen hier zu spielen. Ich gehe natürlich immer hier auf den großen Preis. Ähm. Aber versuche halt, weil der Tagesweise ist nicht so schlecht. Also mache auf Stufe 2 7% Anruf. Also, wie in meinem jetzigen Zeitalter, es staffelt sich ja immer, desto höher das Zeitalter, desto mehr Boost gibt es auch. Ja, weil jetzt vielleicht sehe ich ja für Blaupausen, dann habe ich doch wieder was mit meinen Fortsprüngen zu tun. Ähm. Stimmt, das können wir eigentlich auch gleich mal nachschauen. Also, aber erst mal mache ich jetzt das. Ähm. So, und ich glaube, jetzt gibt es auch nicht mehr so viel zu sagen. Eine Sache doch werde ich noch zu sagen. Das heißt, vielleicht ein bisschen, ich werde vielleicht nochmal irgendwie, was auch in den Kommen. Im Diskussionsforum vielleicht einmal. Was halt, ich spreche es aber jetzt einfach mal an, weil jetzt habe ich hier Zeit. Ähm. Dann zahltet ihr davon. Findet ihr es besser, wenn ich jeden dritten, vierten Tag etwas rausbringe? Oder jeden dritten Tag, sagen wir mal. Oder jeden zweiten Tag. Was haltet ihr davon? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. So, weil da bin ich gerade jetzt am Schauen. Im Moment bringe ich jeden zweiten Tag raus. Ähm. Ja. Aber ich weiß nicht genau, wie das von euch alles angenommen wird. Und da haben wir sogar schon das erste Siegerplatz-Auswahlkit. Ähm. Ja, und dann auch gleich den ersten Hauptpreis. Sehr gut. Wir dürfen sich vorstellen, gut. Ähm. Ja. Also das könnt ihr einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Ja. Das Ding ist, ja. Ähm. Dieses Event sind wir, glaube ich, auch ziemlich auf die Liga angewiesen. Von vorhin. Allerdings. Solange wir in die Amateurliga kommen, passt alles. Und da kommen wir sowieso rein. Also. So gut wie da. Können wir eigentlich nicht mehr drunter steigen. Unter die Grenze dafür. Also alles gut. Ähm. Oh, noch ein paar Karten. Ja. Deswegen ist es theoretisch macht es auch mehr Sinn, eigentlich immer wieder was zu spielen. Aber ich hatte halt getroffen, dass die eine bei anderen kommt. Weil hier kriegt man natürlich auch Karten und so weiter. Aber naja. Also. Dann würde ich sagen, jetzt sehen wir uns einfach mal, wenn ich hier fertig bin. So, Leute. Ähm. Ja, wir machen jetzt den letzten Schritt, den wir können. So glaube ich ziemlich. Ähm. Ja, nee, können wir nicht mehr ganz machen. Wir haben mich hier noch, irgendwie ist noch eine Ereignisse aufgetaucht. Das habe ich gerade schon einiges eingesammelt. Aber wir haben ja wirklich viele Tagesreise diesmal bekommen. Also beim letzten Event haben wir, wir haben neun Stück bekommen. Jetzt auch im letzten Event haben wir gefühlt gar keine bekommen. Haben wir einfach neun Stück bekommen. Das ist ja mega heftig einfach. So, wir geraten jetzt einmal die Dings ab. Äh, das Kloster geraten wir ab. Meistens haben wir irgendwie die. Als Artikel, die Gebäude. Aber nein. Ähm. Ja, eins haben wir jetzt nicht mehr ganz voll gekriegt. Aber das ist nicht so schlimm. Ähm. Genau, wir geraten jetzt auf 5 ab. Genau, jetzt ist es auf 6. Jetzt auf. Genau, jetzt kommt es auf 6. Ähm. Und jetzt auf 7. Und auf 8 kriegen wir jetzt auf jeden Fall. Habe ich die Tour schon mal geöffnet. Ich weiß es nicht genau. Okay, weil sonst. Boah, dann hatte ich auf meiner anderen Welt wirklich einiges mehr. Ah, doch. Wir haben ja. 8. Genau, aber ich habe auf meiner anderen Welt, da habe ich auf jeden Fall nochmal. Wenn ich auf jeden Fall nochmal bis zu dem Tageskreis hier bekomme. Ich habe hier eigenes einiges mehr an. Energy Drinks. Ah, ne. Ich habe vergessen einfach das hier einzusammeln. LOL. Ähm. Ja, dann haben wir es auch. Perfekt. Und wir kriegen auf 1. Wir kriegen auf jeden Fall noch hier aus der Liga. Sogar in der Silberliga. Ziemlich nice. Entschuldigung. So. Ich glaube, wir gehen nochmal kurz zu... Oh ja, die könnt ihr aber leider nicht mitbieten. Beim Startkorbort schon. Ich gehe nochmal kurz zu den Wikinger Drinks und Sammeln einmal ein. Ähm. Schreiche da nicht mal die Produktion ein. Aber. Sagen wir schon mal. Das war's für diese Folge. Ich bedanke mich sehr herzlich, ähm, dafür dass ihr zugeschaut habt. Ähm. Ja, das war's dann auch von dem Soccer Cup. Ähm. Ja, ne. Ich denke mal, wir werden bald irgendwie entweder werde ich noch ein paar Gebäude fördern. Oder... Ah, ich schaue gleich mal nach dem Laubhausen. Ähm. Oder aber wir werden schon wieder als nächstes Zeitpunkt gehen. Was ich jetzt allerdings, ja, eher noch nicht ganz so gerne machen würde. Weil. Einfach aus dem Grund. Ähm. Ja, doppelt verlass. Einfach aus dem Grund, dass wir jetzt erstmal... Ich will jetzt hier erstmal ein paar Güter und so weiter sammeln. Denn davon haben wir noch nicht ganz so viele. Ja. Gut. Dann würde ich sagen. Was ist von mir? Wenn ihr zugeschaut habt. Ciao. Leute. Ciao. Ciao. Ciao.